Hallo liebe Alp-Blog-Gemeinde. 2010 ist das gewesen. Puh, lang aus. Ich kann mich nur erinnern, damals, da habe ich von Mellau bis Geschoppenau in den Stall gehört und war noch sehr verwundert, was das für Sprache ist, bis ich gecheckt habe, es ist voralltaglich. Und dann ist es ein halbes Jahr später in ganz Österreich im Radio gerennt. Und seitdem ist bei mir auch viel passiert. Ich bin fünf Jahre alt geworden, habe definitiv längere Kopfhaare, Gesichtsbehaarung vielleicht auch, und habe mich selbstständiger gemacht als Musiker, Musikkabarettist. Ich spiele live allein meine Lieder dazu Geschichten. Und das könnt ihr zum Beispiel auf meiner Internetseite nachschauen. www.tom-tom.at Unter anderem spiele ich mit einer Sängerin, Sabine Stieger, die Sängerin bei den Global-Kreinern war, auch in der Band. Und wir werden im September genaueres stelle ich mir auf meiner Homepage, in Schrund spülen. Also wenn wer Zeit hat, kommen möchte, und uns hören sehr gern. Ansonsten habe ich die Alpe Wurzach einmal besucht vor zwei Jahren, wo im Sommer dort habe ich den Markus, die Elisabeth besucht und ihre zwei Burschen. Das war wieder sehr nett. Lustige Erinnerungen, die da wach werden, allein schon beim optischen und geruchstechnischen Ambiente auf einer Alp ist für mich immer wieder speziell. Also, wer weiß, vielleicht gibt es ein Revival nächstes Jahr. Alles Gute dabei und bis bald.